mhm mhm xd aber zaubert macht schon wieder so wenig schaden Naja egal die die.. 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 ich will jetzt nicht immer so pepe bei ihm verschwenden deswegen könnt ihr ja gucken wie viel schaden seinen Sparks in zwischenmachen bei den fischern hier Guck mal mal immer noch weniger na super dann bringt's ja gar nicht ehp die pepe zu verschwenden bei ihm Zauber wird irgendwie in letzter Zeit wieder unnützer, finde ich. Naja. Und eröffnet schaden und Schüß, bye bye! 27 Beta und E-Beating wird auch noch dran. Delete! Ich glaube, hier werde ich jetzt erstmal das hier zuerst erledigen. Du bist so voll. Warum haltst du dich dann? Naja. Natürlich trifft er nicht. Summerball, du triffst irgendwie nie. Oder ist das so? Mensch. So, geht doch. Wir sind hier. Zu viel Schall macht es zum Glück nicht. Bam. Bam. Ja, er trifft nicht. Mensch. Himmel, hergott nochmal. So. Wir bin hier. Da hat er anscheinend nicht getroffen. Zum Glück. Bums. Und Schiss. Oh, da gibt es auch noch mal her, du komisches Staubwedel, Käse oder was du darstellen sollst. Ich weiß es nicht. Die, die, die. Hä? Der ist irgendwie abgeschnitten. Ja, der ist abgeschnitten. Warum ist er abgeschnitten? Hä? Boah, der 1,50. Ich schau, wo treibst Ali. Ist klar. Na, komm her, komm her. Ich will EP. Ich will levelen. Ich will levelen haben. Der ist schon wieder abgeschnitten. Warum ist er abgeschnitten? Keine Ahnung. Naja, egal. Die, 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 die. Solche Boxen hat natürlich nicht mehr Big Macer vorkommt. Die, 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 die. das war es und das war wirklich kein Kett, oder? Ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht so gut sehen, dass es kritisch ist oder nicht, weil das auch teilweise die Animation vom Angriff ist. Das ist auf Blinken. Ali 1130, oh yeah! Ein Level noch, dann kriegt er diesen Ultra-Mega-Angriff, von mir ist es auch Ultra-Mega. Auch guter Prozent. Am... Am... Amor... 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 For Us Orbsware Insight. Was ist das? Das kann man nicht mal aussprechen. Protective and Blobby. Could be used on Ice-Drocks. Okay, das ist alles für Ali. Warum kriegt er so viel? Defense... IQ sinkt zwar, aber... Scheiß drauf. Mehr Defense ist immer schön. Und wir haben zu viel Zeugs, das müssen wir auch wieder verkaufen gehen. Irgendwann, Mann. Hey, auf hier! Get Deo Carcasses up here! We're shipping out, dudes! Nee, ich will erst das Geschenk haben. Ich will erst looten. Spatial Fuel. Oh yeah! So, perfekt. Ach, jetzt. So. Ach, wir haben ihn trotzdem mit uns geschleppt hier jetzt die ganze Zeit, oder was? Oder wie? Ge... Geek... Don't worry, were Neo made sure we would patch him up good as Neo. Ach, das war jetzt, ich hab jetzt außerdem Neo da gesprochen gleichzeitig mit ihm. Weil die werden sich verlagert haben. He took some nasty damage. I was not aware this diamond beep could be remotely manipulated in such a fashion. Ach, der wird schon wieder. Hoffentlich wird der wieder. All right, now cut that blue wire. Let me melt that piece here. Piece here there. Oh. Ali Nivan. Get the ship moving. We headed to map the last apple piece. The planet to the northeast. Aha. But not exactly. It's like double east. Two east to one north. Is that too... Is that too confusing? Sorry about that. Soll ich jetzt hin? Nordwesten, aha. Looking for... Ja, was kann ich denn hier noch machen? Ich könnte hier... Kann ich nichts. Hm. ...Squad Metal. Hat muss ich da jetzt schon wieder alles nach unten? Bad Shrads. Was kann ich denn da verwenden jetzt? Vielleicht mit dem Space Rock. Axtiu. Hm, naja. War ja jetzt nicht so das wahre. Squad Metal und... ...Squad Shrads. Was macht das? Axtiu. Naja, das punkt ist auch nicht sehr viel. Axtiu. Gut, das war halt nur so ein komisches Height-Item, ne? Ja. Nam 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 nam. Ja. Ahem. Und hier kann ich... Ach, hier kann ich wieder verkaufen. Schön. Shining Coin. Na ja, er kann sowieso nichts rausrüsten. Und... Ach, das kannst du auch. Ja, er kann sowieso alles ausrüsten. Nicht mehr mal. Ähm... Speyship Green Grenade. Das brauche ich nicht. Cactuswood. Dutch Sprayer. Ähm... Morph Island Glower. Komm weg. Ähm... Ach, das hab ich ihm gar nicht beigebracht. Naja. Ähm... Pfff... Guck mal mal. Passivroach. Teleporter. Passivroach. Auch mal nicht. So. Okay. Quick. Ach ne. Nur war das... Na. Egal. Haiku. Das soll's. Ähm... So. 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 Du kannst noch ein bisschen Geld. Ähm... Kaimi Blob. Lakewater. Erskennister. Ähm... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Lakewater. Das kostet so viel. Das ist doof. Und noch mal zehn Stück mit. Danke. So. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Zum Aufnehmen. Acht Minuten. Naja. Ich würd sagen, dann... Hätte ich jetzt noch zu dem... Äh... Ja. Ready to leave. In dem Fall. Bei allem machen wir uns erst mal zu diesem Planeten auf. Im Nordwesten. Zweimal... Ne. Was war's? Äh... Das hab ich schon wieder vergessen. Scheiße. Ähm... Ach schon. Jetzt kann ich ja wieder nicht ins Menü. Tee. Ähm... Jetzt kann ich aber ins Menü. Mit Towerspace. Ja. Das hab ich nämlich jetzt hier rausgenommen. So. Ähm... Wo müssen wir jetzt hin? Neu. Neu... 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 Soll das heißen? Soll ich jetzt so hier fliegen oder was? Und das nach Norden? Ich hab's absolut keine Ahnung. Soll wir jetzt in die... Soll wir jetzt in die Erde oder wie? Ich brauch hier schon der Philo, das ist nicht gut. Und... Vielleicht werde ich zur Not auch den Laden auf dem Schiff editieren, das der Philo anbietet, damit ich mir das kaufen kann. Weil das ist ein bisschen beschissen hier. Weil das ist ein bisschen beschissen hier. Ideisch irgendwie ein bisschen. Oder muss ich jetzt? Mir geht das zu viel aus, Leute. Drei nur noch. Ne, super. Das kann jetzt werden. Ah, fuck, Mann. Wie fehlt hab ich? Ah... Ne, das wird mir zu gefährlich. Ne, 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 ne. Ne, Leute, ne, ne. Ich werd mir welches kaufen. Ist mir sonst zu gefährlich, glaub ich. Und auch schlafen gehen gleich mal. Bis gleich. So, das sind wir wieder. Erst einmal, ähm, wir werden hier kurz schlafen gehen. So. Und dann hab ich mir für die Teleporter was eingestellt, nämlich zum Saturn. Äh, ich weiß nicht, ob wir da wirklich hier müssen. Dann zudem haben wir in Kombination unserer Space für Kram aufstocken ein bisschen. Dass wir wieder ein bisschen was haben. Wir hatten, wir hatten wirklich nur noch eins oder was. Alles ein bisschen beschissen. Naja. Äh, da kommen die Mittel auf die Space. Dann müssen wir erst einmal... Hier, Pickelbeam. Äh, der kann sowieso keiner benutzen. Den Shape Teleporter. More. Saturn. Flop. Dann müssen wir, kommt man wirklich dazu hin müssen für das nächste Kapitel. Ich denke mal schon. Wir gucken einfach mal. Ob wir da das hin können oder nicht. Ne, warte mal Saturn. Saturn ist ein Wort noch falsch, oder nicht? Saturn ist unser Heimatland. Das ist unser Heimatdingensbumster. Ja. Und warum klebt Neo eigentlich so immer in der Gamer? Tch. Ich glaub wir sind falsch. Ich hab... Fuck gebaut. Ich muss noch mal nachgucken. Wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Weil ich, wie gesagt, es gibt auch kein Walkthrough für den... für den Kram hier. So ein bisschen beschissen. Ups. Ja, Aufschluss ist nicht schön. Äh, Mensch, Leute. So. Save. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich weiß, wo wir hin müssen. Bzw. es ist eh nur noch vier Minuten. Da kann ich jetzt eigentlich auch Schluss machen. Ach. Es wird schon für vier Parts reichen, hoffentlich. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's... LAY. Kognitiv Dissonanz, wenn ich weiß, wo wir hin müssen. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.